Ja gut, wir haben auf jeden Fall... Lasst doch mal die Gleiter los. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Typen erledigt. Ich hoffe, ich bin jetzt mal hier durch. Können Sie sich entweder selber umbringen oder was die da gerade machen? Ach ja, ach ja. Der Freeman, der Gordon. Alter, was geht ab? Nee, hallo Freeman, lauf doch. Ach so, mit 24 ist das eigentlich unschattbar, warum ich jetzt mal... Es gibt sicher Menschen, die das vollkommen in der Garage... Das ist gar kein Thema, ihr meint mal gerade. Das war der, das war der, wovon wir kamen. Mist. Wo waren wir denn eben Gefäßen? Das war doch ganz woanders. Oder war das hier dann rechts rum? Ach, das war hier, ne? Genau. Hier wollte ich doch auch, glaube ich, hin. Ich speichere es mal ab. Hier in der Werkstatt sieht es sich sehr lohnt aus. Jetzt keiner kommt. So. So. Ach, wir können noch. Alter. Okay, gut. Hallo. Ich ärg dich. So, dankeschön. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das ist mir egal. Alter. Fuck. Och, was denn? So, aber zieh dich so scheiße. Oder was läuft hier heute falsch? Das gibt es aber alles gar nicht hier. Wie gut treffen die denn heute? Wo liegt jetzt ne Handgranate? So, ab hier speichere ich jetzt aber für heute. Jo, wenn ich nachladen muss, kommen sie alle. Ist klar. Schnell verstecken. Nachladen. Ich wusste, dass du kommst. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Wo ist er? Ach, hier ist noch ein... Hier ist noch ein... Ja, dann. Oh, jo. Andro, du hast mich gestört, Alter. Oh, toll. Gut, das ist jetzt scheiße gelaufen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Okay. So, ichaha. Na, haben wir ihn gekillt? Top! Na, endlich. Boah. Wat ein Akt. Mann, jetzt reicht's mir aber. Jetzt geht's hier noch wahrscheinlich weiter, was? Läuft hier ein Soldat rum? Was? Keine Soldat. Alter! Ich find's gekloppt. Ich find's gekloppt. Yo. Boah. Die Action-Grad ist ja richtig cool, aber ich hab kein Mann hier. Fack. Ganz ehrlich. Ach ne, Soldaten. Gibt's hier was zu gucken? Musste ich jetzt hier überhaupt lang? Ich will hier noch gar nicht lang. Ich wollte doch erst hier im Loch. Ähm. Ja. Was haben wir denn Schönes zum Schmeißen? Na, kann man. Haben wir auch hier. Yo. Die ist da. Sehr gut platziert. Drei. Wird gut funktionieren. Ach, nö. Bingo, was machst du da hier? Das war jetzt Glück. Nicht mehr, nicht weniger. Na gut, wenigstens ein bisschen Health. Haben wir hier. Gut, hier geht's nicht hoch. Kann ich hier einfach wieder so hochspinnen? Oder geht's... Hallo? Ah. Okay. Wusste doch, dass es da was zu ergattern gab. Gut. Dann geht's also hier weiter. Ach, wieder mieten. Alter, was ist das denn hier? Was? Hallo? Lass mich da erst mal ankommen. So, mit deinen Elektroschocks halt mal die Klappe. Ich spreche jetzt hier erst mal. Ich hab nämlich da... Die Miene, die war da doch bestimmt nicht umsonst hier. Gibt's doch bestimmt was Nettes zu sehen. Oh Gott. Hä? Hilfe, bitte, Hilfe! Alter, Barney! Barney? Barney! Ach, armer Barney. Okay, das war dieser Weg. Wir wollen hier aber nichts auslassen. Ach, ich musste den ja auch nehmen. Ja. Na gut, wissen wir darüber schon mal Bescheid. Aber Barney... Mann. Ich mag Barney. Das ist vielleicht nicht der allerhellste, aber... Ein dufter Typ. Oh! Ich glaub, ich bin hingefallen. So, jetzt müssen wir ab hier noch mal anfangen. Okay. Okay. Hallo. Haltet mal an. Ich könnte natürlich auch oben eine Handgranate reinschmeißen gleich beim Scharfschützen. Äh? Hab ich was übersehen? Mann, wie oft muss man das hier alles machen heute? Das ist ja furchtbar. Das läuft ja überhaupt nicht rund. Richtig, da wäre ja auch noch da nicht wahrscheinlich eben reingelaufen. Ach nee, ich wollte ja die... Hoch. Die Handgranate wollte ich ja schon, äh... Wollte ich ja schon behalten. Hier. Hat geklappt. Ach, Barney. Hilfe! Barney, ich hab dich doch... Äh, du kannst doch jetzt hier... Ich hab einen Tod gemacht. Wolltest du mit? Ach, armer Barney. Mann. Gut, ich denk mal, es wird reichen, wenn wir hier... schön nah an der Hauswand langlaufen. Alter, was? Alter. Verpiss dich. Glaub's ja nicht. Irgendwie überhaupt noch Minen? Schmeiß erst mal eine Handgranate rein. Boah. Da lach einer. Jetzt ist jetzt die Frage, wo genau? So ein bisschen pixelmäßig... Oh, hier kriegt er mich anscheinend nicht. Ja. Ne. Vielleicht so? Scheint er erledigt zu haben. Muss ich den Strom hier vielleicht irgendwie abschalten noch? Das ist ja hochgefährlich. Jo. Puh. Wir haben das schon mal bis hierhin geschafft. Ventilator. Okay, gibt's hier vielleicht irgendwo einen Eingang am Dach oder was? Oder müssen wir hier über die Dicher stolzieren?